Meine Freunde, meine Freundinnen, wie soll es anders sein? Eine neue Folge zum Thema Leuchtturm. Im letzten Video ging es ja darum, über das Geländer, über diese Absturzsicherung, die wir komplett selber gebaut haben und das ganz, ganz günstig. Eine Playlist oder das Video werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und heute geht es darum, wie wir, ja wir fangen quasi mit dem Turm an, mit dem Leuchtturm und das mit dem Gerippe, mit dem Gerüst. Dazu haben wir uns bei der Firma Ladenburger so ein bisschen Holz bestellt. Unter anderem auch später die Außenverkleidung, kommen wir noch zu, und viel, viel Holz. Insgesamt drei Pakete und die haben das richtig punktgenau vor der Halle abgestellt. Wirklich ein 1A-Service. Und jetzt fangen wir an mit dem Zuschnitt. Die Balken sind ungefähr acht Meter lang und die müssen wir natürlich erstmal auf Länge zusägen, weil ich acht Meter lange Balken hier nicht in der Werkstatt zusägen kann. Und dafür nutzen wir eine coole Kettensäge. Und danach geht es weiter in der Werkstatt mit meiner Kapp- und Gehrhocksäge. Und dann geht es weiter in der Werkstatt mit der Kapp- und Gehrhocksäge. Jetzt haben wir uns die Pfosten zugeschnitten und ich habe mir dabei etwas gedacht. Und zwar habe ich ja schon gesagt, anfangs, wir haben sechs Zentimeter in der Dicke, zwölf Zentimeter in der Höhe. Wenn wir das Ganze zusammenschrauben, haben wir nachher zwölf mal zwölf. Und das haben wir jetzt hier viermal. Das heißt, das wären die Pfosten von einem Leuchtturm. Das Ganze hat nachher vier Wände, sodass wir das dann zusammenschrauben können und dass dann ein Eckpfosten quasi quadratisch ist. Und ich habe das Ganze mal hier so ein bisschen aufgezeichnet. Hier sehen wir quasi, damit ihr es versteht, ein Eckpunkt. Hier sind die Schrauben. Und so soll der Turm aussehen. Wir werden aber ein bisschen davon abgehen. Ich werde das Ganze jetzt nicht mal konisch machen, sondern ich werde das Ganze einfach eckig machen. So wie hier gezeichnet. Und das Ganze hat jetzt eine Höhe von 3,50 Meter plus Aufbau. Machen wir alles später. Und wir fangen jetzt einfach an, das Ganze stumpf miteinander zu verschrauben. Und ja, ich habe mir überlegt oder viele von euch haben gefragt, hey, wird das Ding zu übernachten sein, zum Schlafen, kann man das buchen und so weiter und so fort. Und ich werde jetzt am Ende zwei Klappbetten hier rot eingezeichnet mit einbauen. Und ihr seht hier auch die Tür. Die hat ungefähr eine Höhe von zwei Meter. Und ja, hier oben ist ein kleines Fenster, 3,50 Meter mit Aufbau ungefähr vier Meter wird er von der Höhe her haben. Und die Fenster, die zeige ich euch jetzt mal. Da haben wir nämlich was richtig, richtig Cooles besorgt. Solche alten Vintage-Fenster. Das sind so Stahlgussfenster. Verrostet und die bleiben auch so. Da kommt nochmal eine Acrylglasplatte rein. Das Ganze wird dann zu öffnen sein. Davon haben wir insgesamt vier Stück. Und die werden wir natürlich dann auch einbauen. Am nächsten Tag geht es jetzt weiter. Ich bin jetzt komplett alleine. Das heißt, Steffi kann mir nicht mal handlangern. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu handeln. Ich habe das Ganze jetzt hier vorne an meiner großen Bergbank platziert. Das ist die kleine Seite vom Leuchtturm. Die habe ich jetzt mal stumpf zusammengeschraubt. Habe das Ganze mit einem Forstnerbohrer ein bisschen gesenkt. Und habe hier jetzt Tellerkopfschrauben verwendet. Die zeige ich euch gleich. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Hinterteil vom Leuchtturm. Der Vorderteil, da kommt hier die Tür rein. Das heißt, unterste Strebe kommt weg. Und dann kommen hier zwei Balken rein. Und dann Querstrebe zeige ich euch gleich alles. Was ich euch zeigen wollte, ist, ich nehme Tellerkopfschrauben. Und zwar diese hier. In zwei unterschiedlichen Größen. Einmal hier Hunderter. Und die haben hier kein Gewinde. Denn ich bohre jetzt hier mit dem Forstnerbohrer vor. Ich bohre dann mit dem Holzbohrer auch die komplette Stärke durch. So, dass die Schraube sich den Rest dann selber hier reinzieht. So. Die ist natürlich ein bisschen zu kurz. Dann müsst ihr diese lang nehmen. Damit nämlich, viele machen das nämlich falsch. Damit nämlich das Material, also der Querbalken hier, hier rangezogen wird. So. Und deswegen, da braucht hier kein Gewinde sein. Weil wir wollen das Material ja randrücken an diesen Forsten. Jetzt war ich gerade voll im Bauflash drinne. Im Workflow. Und habe ganz vergessen, euch zu zeigen. Das zweite Teil. Und zwar kommt hier die Tür rein. Ich nehme euch mal mit. So schaut es aus. Das ist nämlich das Vorderteil. Und davor hatten wir das Rückteil gebaut. Jetzt bauen wir die beiden Seitenwände. Ja, eigentlich nichts Spannendes dabei. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr beispielsweise ein Gartenhaus bauen wollt? Bitte tut mir den Gefallen und spart jetzt nicht an Kanthölzern oder an der Stärke von den Kanthölzern. Denn das Gerüst ist quasi nachher eure Statik beziehungsweise eure Lebensversicherung. Wenn ihr jetzt ein Gartenhaus baut mit 5x5 und ja, ihr denkt dann, das hält schon irgendwie. Nimmt lieber ein bisschen dicker als zu dünn. So, dann ist es hier jetzt wichtig. Ich habe jetzt dementsprechende Schrauben genommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt sowas bauen von der Konstruktion her, macht man es jetzt eigentlich so. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Fehler. Das ist ja der Pfosten am Ende. Und das ist der Querriegel. Und eigentlich lässt man den Querriegel hier oben rüberlaufen, damit diese Holzfläche hier geschützt ist. Denn hier könnte Feuchtigkeit eindringen, das Ganze aufplatzen, Quillen, der Balken fängt irgendwann an zu schimmeln oder zu gammeln. Hier ist es so, da habe ich die jetzt quer reingesetzt. Die jetzt auch. Hier kommt nachher die Tür rein. Da habe ich hier einen Halt und hier einen Halt. Man hätte jetzt auch sagen können, komm, wir machen jetzt diesen hier bis hier hoch. Habe ich aber nicht gemacht. Lieber eine Strebe mehr setzen, allzu wenig. Denn am Ende ärgert man sich, wenn das Ding irgendwie zusammenbricht oder so. Am nächsten Tag ist die Halle kaum begehbar. Ihr seht jetzt da ein Element. Ihr seht jetzt hier ein Element. Und ihr seht dort zwei Elemente. Und es war nämlich so, dass ich in diesem Arbeitsworkflow drinne war und hatte es vergessen gehabt oder hatte auch keine Lust gehabt zu filmen. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, powerst du schön durch. Lässt mal deinen Gedanken freien Lauf. Und wenn ihr demnächst ein Gartenhaus bauen möchtet, dann achtet mal auf das. Wichtig ist, wenn ihr beispielsweise ein Gartenhaus baut oder jetzt hier wie ich ein Leuchtturm, dass ihr euch diese Verstrebungen mit rein macht. Die haben auch einen bestimmten Namen. Ich komme nur leider gerade nicht drauf. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze miteinander verbindet. Beziehungsweise an allen großen Eckpunkten habe ich jetzt vier Stück insgesamt. Weil wenn ich das jetzt nehmen würde, könnte ich es zack umkippen und würde abbrechen. Und so hast du halt nochmal mehr Stabilität eingebracht. Des Weiteren habe ich hier nochmal einen Balken eingesetzt. Das ist nämlich quasi die zweite Ebene. Das heißt, hier unten ist das erste Stock, hier ist der zweite Stock. Ja, so halb. Denn wir brauchen irgendwie eine Plattform, dass wir später aus dem Leuchtturm rausgucken. Denn mein Ziel ist es, wenn wir uns jetzt hier befinden, also hier ist das Fenster, dass wir uns hier hinstellen können. Und dann gucken wir hier oben aus der Kuppel raus. Das sind so hier grob vier Meter. Und dann habe ich mich dazu entschieden, damit wir Material sparen. Also von der Beplankung kommen wir später nochmal zu. Das ist Trendliner, nennt sich das Ganze, von den Holzwerken Ladenbohrer. Und um Material zu sparen, also ich habe ja sehr, sehr knapp kalkuliert, habe ich mich dazu entschieden, hier unten HPL-Platte anzubringen. Und das Ganze geht ungefähr vier Zentimeter vom Boden los. Das heißt, so unten, das ist sichtbar. Und das habe ich auch schon dort, könnt ihr es vielleicht sehen, habe ich schon mal Anthrazit lackiert. Und damit die HPL-Platten noch halten, habe ich hier nochmal einen Querbalken reingezogen. Und dann geht es jetzt hier los mit der Beplankung vom Trendliner. Es gibt von den Holzwerken Ladenburger einmal Trendliner, das ist dann waagerecht. Und einmal hier, könnt ihr sehen, das ist senkrecht. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Das ist Skyline-Kontrast. Gibt es in unterschiedlichen Breiten, gibt es in unterschiedlichen Tiefen. Ganz, ganz tolle Sache. Über diese Fassade gibt es auch ein Video, wie ich diese Fassade hier komplett verkleidet habe. Verlinke ich dir mal hier. Kannst du dir mal anschauen. Ja, und jetzt fange ich an mit den Fenstern. So. Ich habe mir hier schon ein paar Sachen vorbereitet, weil ich ja die Maße alle weiß. Ja, und ich lege es einfach los und bohre das Ganze vor. Schraube das dann zusammen. So, und dafür nehme ich meinen geliebten Akkuschrauber. Den kann ich echt nur empfehlen. Den habe ich jetzt schon seit Beginn von dem Projekt Leuchtturm mit dabei. Alle Werkzeuge, die ich so verwende, übrigens, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommt das Werkzeug wirklich, es wird wirklich getestet. Es kommt an seine Grenzen. Und ich kann jetzt auch sagen, hey, die und die Fassadebauer kannst du beispielsweise verwenden. Und so schaut das Ganze dann montiert aus. Also wir haben Achspunkt von Unterkante, fertig, Fußboden bis Mitte, Fenster 1,50 Meter. Warum ich diesen kleinen Freund hier eingearbeitet habe. Wir brauchen nämlich Mittelpunkt gleich zum Fräsen. Zeige ich euch gleich. Was ich euch aber mal zeigen wollte, ist, wie es aussieht, wenn wir jetzt das Handwerk arbeitet. Und das sieht man ja ganz, ganz oft nicht in den Videos. Pläne. 1.000 Schrauben. Ah, hier ist ein Fenster. Eins von vier. Jetzt habe ich euch gleich alles. Bolzen. Schrauben. Edelstahl. Damit wird das Ganze nachher befestigt. Werkzeug. Skizzen. Werkzeug, 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 Werkzeug. Und wenn deine Werkstatt auch so aussieht, dann gib mal einen Daumen nach oben. Also zumindest, wenn du gerade am Baum bist oder wenn du am Baum bist. So, Fenster hast du gerade gesehen. Ich werde jetzt nochmal das zweite Ding bauen. Ich warte noch auf den Anruf von Steffi, weil ich bin mir eigentlich ziemlich unsicher, wie ich die Fenster platzieren soll. Also ein Fenster haben wir schon platziert. Das ist nämlich über die Tür. Und oben quasi dieser Boden, was ich euch erzählt hatte, da ist es eigentlich toter Raum. Da kannst du mal irgendwie ein Zap oder Schlauchboot oder irgendwas hochziehen mit einem Flaschenzug. Deswegen sehe ich da kein Fenster. Also es macht keinen Sinn für ein Fenster. Unten ja, wenn man einen Tisch hinstellt und sich mal ausruht oder so, kannst du mal rausgucken. Oben sehe ich keinen Sinn. Und laut Skizze habe ich das aber so eingeplant, dass da oben ein Fenster hinkommt. Und ich habe es jetzt umgeändert, dass ich unten drei Fenster habe. Also eins, zwei, drei. Und oben ein viertes über die Tür. Und dann haben wir schon diese Kuppel, die auch richtig genial wird. Da habe ich mich schon mit einem Hersteller zusammengetan. Da nehme ich eine Kuppel, so eine Runde von 1,20 Meter Durchmesser oder Meter oder 1,50 Meter. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die geht dann elektrisch auf zum Lüften und um Sterne zu begutachten dann. Also wie da oben soll es dann aussehen. Die Steffi hat gerade angerufen. Und zwar hat sie, na hier bin ich, hier bin ich, hier, 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 ja, ja, ja. Und zwar hat sie genau die gleichen Gedanken gehabt wie ich. Denn oben ist eine Lichtkuppel, das heißt, da haben wir genug Licht. Und unten haben wir wenig Licht. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Fenster direkt über die Tür. Hier kommt ein Fenster hin. Genau gegenüber kommt ein Fenster hin. Und hier unten nochmal, dass wir dann nach vorne schauen können. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass das Fenster auf der anderen Seite kommt. Aber wie gesagt, hier oben ist alles Plexiglas. Einmal ringsherum und oben ist nochmal eine Lichtkuppel. Und da macht es wenig Sinn, dass ich da nochmal ein Fenster hinsetze. Das würde nämlich hier unten fehlen. Denn die Sonne geht nämlich hier unter. Und so könnten wir dann schön den Sonnenuntergang sehen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, warum hat denn der Depp den Turm da jetzt hingebaut, wo der Sonnenuntergang ist? Das wissen wir auch nicht. Wir haben lange darüber überlegt, wie wir es genau, wie wir es machen können mit dem Turm. Ob wir ihn nach links setzen oder nach rechts. Es gibt zwei Sachen. Einmal die Treppe, die da hinkommt. Die kommt nämlich auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite ist nämlich ein Busch und ein Baum. Den müssten wir dann entfernen. Einmal deswegen. Und dann einfach unser Bauchgefühl. Wir haben die ganze Zeit im Bauch, wo wir den Turm das erste Mal gesehen haben. Hey, da rechts kommt ein Turm hin. Und links kommt eine kleine Sitzlaunch hin. Und dieses Bauchgefühl, das lässt uns einfach nicht los. Und wir denken, oder bei der Bauphase, ihr habt ja schon in den Videos gesehen, habe ich immer gesagt, der Turm ist rechts, der Turm kommt rechts. Das ist so in mir drin und bei Steffi auch. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir hätten jetzt eine schöne Sonne gegangen, den wir sehen könnten. Ja, wir haben eine schöne Abendsonne. Aber wir haben auch Vorteile. Der Turm spendet uns ein bisschen Schatten. Und natürlich kann man auch im Turm herumrennen. Aber wir haben uns dafür entschieden. Und ich kann euch sagen, Schatten ist jetzt gut. Weil ich bin jetzt hier richtig am Ölen. Und ja, bin komplett durchgeschwitzt. So, ich wollte euch nochmal einen Tipp zeigen oder sagen. Und zwar habe ich ja hier für den halben Turm mir sogenannte Tellerkopfschrauben besorgt. Und warum, weshalb, habe ich ja schon am Anfang des Videos erklärt. Und dieser Tellerkopf zieht natürlich viel, viel, oder gibt viel Druck und zieht auch viel Material an sich ganz, ganz gut. Das Ding ist aber, ich bohre meistens immer nur den Pfosten vor, den ich ans Material herandrücken will. Das heißt, diese Schraube hier, wie ihr sehen könnt, hat ja hier kein Gewinde dran. So, und zack geht das gesamte Gewinde hier rein. Und es hat ja auch eine Spitze vorne, die selbstschneidend ist. Ich gebe aber hinzu, weil ich jetzt schon öfter gemerkt habe, dass das Holz trotzdem platzt, immer ein bisschen Fett. Das heißt, ich habe hier einen Fettpott. Nehme ich meistens, ja, wenn ich irgendwas im Auto mache, tauche die Schraube da ein. Ihr braucht gar nicht viel. Ihr könnt natürlich auch Spucke nehmen, aber so viel Spucke habe ich gar nicht für diesen Turm. Habe das Ganze quasi im Fett eingetaucht. Und dann nehme ich hier diesen Schlagschrauber und haue das Ganze dann fest. Und die Gefahr ist wirklich sehr gering, dass das Ganze dann irgendwie zerspringt oder abbricht. Und auch wenn ihr die Schraube nochmal rausschrauben wollt, geht das ganz gut. Und ihr verhindert, dass die Schraube, falls das Holz platzt, also wenn das Holz nicht nachgibt und platzt, geht meistens die Schraube kaputt und reißt euch ab. Und das wird durch das Fett auch nochmal verhindert. Kommen wir zum Thema Fenster. Das war nämlich auch so eine Sache. Ich bin ja eigentlich sehr, sehr faul. Und eigentlich wollte ich so eine Fräsung hier gar nicht machen. Da habe ich ein, zwei Leute gefragt, also Freunde, kann man sagen, wie die das machen würden. Und die haben gesagt, ja, das kannst du so nicht machen. Du musst das einsetzen. Und dann musst du an der Fassade später das Ganze rausfräsen, ein Blech setzen und so weiter und so fort. Ich so, nein, das will ich aber nicht, weil da muss ich fräsen und dies und das und einstellen und Tiefe und bla bla bla. So, dann habe ich Steffi gefragt. Und Steffi hat dann genau dasselbe gesagt. So, kurz gucken, ob das passt. Voila, passt. Steffi hat genau das Gleiche gesagt. So, ich habe nämlich diese tollen gusseisernen Fenster gekauft. Die kann man von einer Seite eröffnen. Ist eigentlich was, ja, für den Garten, als Deko, fürs Gartenhaus. Passt ja perfekt. Werde ich euch mal unten verlinken, falls du Mini-Leuchtturm im Garten bauen möchtest. Sind ganz toll. So, und jetzt hatte ich zu Steffi gesagt, hey, ich bohre jetzt hier vier Löcher rein und wir sägen damit da Stichsäge in der Fassade einen Kreis rein. Dann setzen wir das Ganze drauf und verschrauben es. So, das heißt, hier wird es dann verschraubt und wir können die Fenster nur von außen öffnen. Und dann hat Steffi gesagt, nein, was soll ich denn damit von außen öffnen? Denn erstmal A, kann da jeder rein, B, bringt mir das nicht viel und C, da oben das Fenster, das kriege ich ja gar nicht dann auch von außen. Dann sage ich, ja, Mist. Habe ich mich jetzt da rangesetzt, nach einer Lösung gesucht und die Lösung sieht so aus. Dann nehme ich hier mit meiner Lieblingsfräse. Übrigens kann ich die euch wirklich empfehlen. Die hat wirklich Bums. Kann man sehr genau, sehr präzise einstellen. Drehzahlregulierung an, aus. Akku, Power for All, Allianz kennt ihr bestimmt. Und das Schöne daran, nimmt die hier beispielsweise raus, zack. Und packt die in euren Schlagzeugschrauber ein. Und es gibt echt, ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ich verwende dieses Werkzeug schon jahrelang. Echt eine tolle, tolle Sache. Also habe ich dann diese Fräse genommen und habe das Ganze ausgefräst. So, das heißt, das Ding ist ja jetzt außen. Ich habe mit Absicht diesen Rahmen hier gebaut, damit nachher die Beplankung, also das Ganze wird ja noch festgeschraubt, damit die Beplankung hier komplett drüber geht. Und am Ende fräse ich das Fenster heraus. So, und das habe ich nämlich jetzt auch schon getan. Hier ein Falz reingefräst und hier hat wunderbar geklappt. Und so ist das Fenster dann wirklich verdeckt. Und am Ende habe ich ja das Stirnholz, was ich dann freifräse. Das muss ich dann nochmal verkleiden. Seht ihr dann einfach im nächsten Video oder im übernächsten Video. Ja, ich habe mich so ein bisschen gesträubt vor der Arbeit. Aber ich habe mich einfach daran getraut. Ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft. Und am Ende sieht es wirklich, ja, vorzeigbar aus. Ich hoffe, ihr hättet es genauso gemacht wie ich. Ich werde jetzt die Fenster festschrauben. Und dann werde ich, oder ich hoffe, dass dann ein Kumpel kommt, dass wir das Ganze nämlich draußen aufstellen können. Ja, ich habe es geschafft. Ihr hört es schon, die Glocken läuten. Das heißt Feierabend in Sicht. Also ich sollte besser Feierabend machen. Ich habe jetzt alle vier Elemente fertig. Ich habe jetzt eins irgendwie mit Mühe und Mut rausgezogen und aufgestellt. Ich hatte das schon mal gemacht. Da waren die aber leer. Jetzt sind sie voll. Also bestückt. Und die anderen zwei Elemente sind hier. Die warten halt auch noch rausgeschleppt zu werden. Ich werde jetzt erstmal alle rausschleppen. Dann werde ich ein paar Kopfbinde anbringen. Dann werde ich die Verbindungsart überprüfen. Die habe ich nämlich hier schon vorbereitet. Dann nehmen wir hier zwölfer Schlossschrauben. Dann habe ich hier noch ein paar, wie nennt sich die Teile hier, Balkenschuhe, sage ich jetzt mal dazu. Und das waren hier Kopfbinder. Darauf bin ich nicht gekommen. Anfang des Videos ist es mir jetzt aber eingefallen. Ich werde jetzt Feier machen. Die Glocken läuten. Das heißt, ich sollte nach Hause gehen. Im nächsten Video geht es darum, wie ich das Ganze zusammenbaue, die Querbalken reinsetze, ein paar Versteifelungen noch mache. Und dann können wir auch loslegen mit der Beflankung. Und dann wird das Ganze aufgebaut. Das Video findest du hier. Und hier das vorige Video. Und hier der Abo-Button, falls du es noch nicht abonniert hast. Ansonsten, ja. Guck dir das nächste Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.